Ach ja, Freunde, nur weil ich sechsmal am Tag zwei, drei kleine Bierchen trinke, bin ich doch noch lange kein Alkoholiker, oder? Und ich glaube, Y-Kollektiv sieht das ähnlich. Ist übrigens ein Woltersbier, ne? Also hatet mich nicht an die Braunschweiger von euch. Y-Kollektiv, beziehungsweise Carolin-Dings, wie auch immer die heißt, also Carolin, hat eine Challenge hochgeladen, wo sie 30 Tage lang keinen Alkohol trinken darf. Eine ziemlich schwierige Aufgabe, wie sich herausstellt. Das Video und das dazugehörige Statement haben sie zwar entfernt, aber, naja, ich kann ihr Funk kritisieren, also natürlich nehme ich das mit. Liked das Video und lasst einen nicen Kommentar da. Hiernach mache ich 30 Tage nüchtern. Ich wollte eigentlich heute anfangen, aber jetzt schmeckt es mir so gut und deshalb will ich sagen, ich verschiebe den Start mal auf morgen. Chef, jetzt hören Sie mir mal zu. Ich werde morgen anfangen, an dieser Challenge zu arbeiten, okay? Aber jetzt bin ich erst mal ein bisschen betrunken und es ist doch okay so. Also jetzt mal ernsthaft, bin ich die einzige Person, die das irgendwie komisch findet? Ich meine, es ist ja ihr Job, diese Challenge zu machen und sie verschiebt es einfach um einen Tag, weil sie halt betrunken ist. Den Arbeitgeber würde ich auch gerne haben. Um mich herum trinken alle weiter. Und ich merke, nicht trinken ist gar nicht so leicht. Alkohol gehört bei mir einfach dazu. Ich will aber auch verstehen, warum man sich bewusst dazu entscheidet, keinen Alkohol zu trinken. Das, ich will wissen, warum man sich bewusst dazu entscheidet, keinen Alkohol zu trinken, finde ich persönlich auch sehr, sehr komisch formuliert. Ich meine, wir können ja einfach mal nachgucken. Nachteile Alkohol. Zuerst nehmen die Gedächtnisleistung und Konzentrationsvermögen ab, Urteilsvermögen, Intelligenz wird dauerhaft beeinträchtigt, Krebserkrankungen können entstehen, Bluthochdruck und Herzmuskelentzündungen und so weiter. Boah, keine Ahnung, warum man sich bewusst dagegen entscheidet. Das ist ja eigentlich nur geil. Eins vorweg. Ich weiß, dass 30 Tage nüchtern bleiben für viele Menschen keine Herausforderung ist. Für mich aber schon. In diesem Film geht es nicht um Alkoholiker, sondern um Menschen wie mich, die gerne trinken und um die Frage, bin ich wirklich frei von der Flasche? Mein Konsum sieht so aus. Ich trinke etwa viermal die Woche und auch mein Umfeld tickt ähnlich. Genau, hier geht es überhaupt nicht um Alkoholiker. Ich meine, Alkoholiker sehen ja auch immer so aus. Sag mal ein Philipp! Hallöchen! Sag Philipp! 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 Ich meine, viermal die Woche Alkohol trinken und im Film sagt sie später sogar noch, dass Alkohol eigentlich eine Charaktereigenschaft von ihr ist. Also ich bitte euch, man wird ja wohl noch jeden zweiten Tag trinken dürfen, ohne Alkoholiker zu sein, oder? Das ist übrigens auch genau der Grund, warum diese Reportage so... Das ist übrigens auch der Grund, warum diese Reportage... Das ist übrigens auch der Grund, warum diese Reportage so... Das ist übrigens auch der Grund, warum diese Reportage so stark... Das ist auch der Grund, warum diese Reportage so krass gehatet wird. Weil einfach die richtige Einordnung fehlt und selbst problematisches Verhalten hier noch extrem runtergespielt wird. Erster Eindruck, Alkoholfrei hat ein scheiß Image. Eine Happy Virgin will doch keiner bestellen. Tansi, alles gut, komm runter. Sie meint das gar nicht böse. Ich find's hier übrigens lustig, wie sie einen Drink vorliest und sagt, dass der ja so uncool ist und dass keiner bestellen möchte. Bäh, digger Jungfrauen, wie widerlich, Alter. Ich hab Sex! Ich hab Sex, ich bin männlich! Und deswegen trink ich Alkohol. Ich meine, der Drink, der da drunter ist, gotta be cool, weiß ich nicht. Klingt jetzt eigentlich wie ein ganz normaler Drink, den ich auch bestellen würde. Also weiß ich ihr Problem, ehrlich gesagt, hier nicht ganz. Aber immerhin setzt sie sich dann auch wirklich kritisch damit auseinander. Du hast das schon so ein bisschen in dein Selbstbild eingebaut, in deine Identität sozusagen, dass Alkohol schon eigentlich auch dazugehört. Krass, das hab ich mir vorher gar nicht so klar gemacht. Aber er hat recht. Klingt erbärmlich, ehrlich gesagt. Alkohol, ein Charakterzug? Really? Das ist tatsächlich die einzige Szene in dem gesamten Film, wo man wirklich sagen kann, boah, hier wird sich mal kritisch damit auseinandergesetzt. Denn schon in der nächsten Szene scheint ihr das eigentlich wieder komplett egal zu sein. So, zur Lage meines Alkoholentzugs. Ich hab das Gefühl, meine Haut ist ein bisschen besser geworden. Ich hab das Gefühl, mein Gesicht ist ein bisschen schlanker. Aber wisst ihr, wogegen ich das gerne eintauschen würde? Gegen einen kleinen Rausch. Oh Mann, Leute, ich hab grad herausgefunden, dass Alkohol quasi ein Charakterzug von mir ist. Das geht gar nicht. Ich hab jetzt so Bock zu saufen, Alter. Also, wie kann man denn eine Szene vorher noch sagen, dass man anscheinend ein Problem mit Alkohol hat? Und eine Szene später hat man das anscheinend komplett vergessen und sagt einfach so, boah, ich hätt jetzt so gerne wieder ein Rausch, Alter. Nach diesem Abend sagt mir übrigens jemand, der da war, dass er mich sehr zurückhaltend erlebt hat. Ein Satz, der sitzt. Ich erlebe mich auch an anderen Abenden während des Experiments ein bisschen gehemmt. Auch das ist eine wirklich sehr problematische Aussage in diesem Video. Dass man ohne Alkohol ein bisschen gehemmter ist und nicht so locker, das ist halt klar, weil das ist halt einfach die Wirkung von Alkohol. Allerdings darf man hier nicht vergessen, sie sitzt nicht neben irgendwelchen Leuten, die sie noch nie gesehen hat bei irgendeiner Geburtstagsparty, wo du dann irgendwo in der Ecke stehst und dir so denkst, ja, ich würde dann jetzt auch langsam wieder nach Hause gehen. Das sind halt ihre Freunde. Die Leute, die sie eventuell schon jahrelang kennen und mit der die irgendwie viermal in der Woche immer saufen geht. Da sollte man, auch wenn man mal nicht trinkt, nicht gehemmt sein, denn man kennt die Leute ja schon. Man kann sie einschätzen und eigentlich sollte man im Freundeskreis ja sehr offen sein, eben dadurch, dass man sich kennt. Wenn das nicht der Fall ist und du selbst unter deinen Freunden immer noch Alkohol brauchst, um locker zu werden, sehe ich das schon sehr problematisch, um ehrlich zu sein. Aber auch diese Aussage wird zum Beispiel überhaupt nicht kritisch hinterfragt. Es wird halt dargestellt als ein Problem, warum sie jetzt kein Alkohol trinkt und dann geht's einfach so weiter. Ich würde jetzt gerne schlafen. Es ist irgendwie 22 Uhr. Ich habe aber so krass Stressmoment und ich merke, dass ich einfach gar nicht runterkomme und ich würde jetzt halt eigentlich was trinken. Mache ich jetzt natürlich nicht. Finde ich irgendwie voll ernüchternd. Haha, so diese Erkenntnis. Ich glaube nicht, dass ich ein Problem mit Alkohol habe. Ich glaube vielmehr, dass ich ganz oft meine Probleme, in Anführungsstrichen, mit Alkohol löse. Ich werde so bockig jetzt. Ich denke so, ich habe doch das Recht, mich jetzt so ein bisschen runterzuholen mit einem Glas Wein und mich von meinem stressigen Tag zu erholen. Nein, nein, ihr versteht das alle falsch. Ich habe kein Problem mit Alkohol, sondern ich löse einfach meine Probleme gerne mit Alkohol. Also das ist was vollkommen anderes. Bro, also wenn du unter Stress zu irgendeiner Droge greifst, egal ob das jetzt Alkohol, Weed, Teile oder sonst irgendwas sind, dann hast du ein Problem mit dieser Droge. Denn du brauchst sie ja, um quasi deinen Körper runterzuholen. Auch das bleibt im Video wieder komplett unkritisch, wird nicht weiter diskutiert oder mal aufgefasst, sondern das wird halt einfach so gesagt und dann geht's einfach weiter. Das Problem ist, sie hat halt offensichtlich kein gutes Verhältnis zu Alkohol, wie ich zu meinem Vater. Und ich denke, dass das halt vielen Deutschen so geht. Denn Alkohol ist in unserer Gesellschaft einfach komplett akzeptiert. Es juckt halt niemanden, wenn du dir vier Bier am Tag reinhaust. Viele, die ein ähnliches Verhalten haben, werden sich nach dieser Reportage eventuell bestätigt fühlen, weil die denken sich so, ey, ich bin genau so. Aber das ist ja gar nicht so kritisch, weil für sie ist das ja auch komplett in Ordnung. Na, dann kann ich ja eigentlich weitermachen, oder nicht? Puh, zum Glück haben die Öffentlich-Rechtlichen hier mal wieder ihren Bildungsauftrag bestätigt. Oder wie man auch sagt, ha, ich bin betrunken, Digga. Und es geht danach exakt genau so weiter. Puh, rein, vor! Raksa! Guckt euch das doch mal an. So viel Spaß hatte ich, ehrlich gesagt, in den zwei Wochen nichts. Also, wenn du ohne Alkohol keinen Spaß hast, dann sehe ich das halt ebenfalls wieder kritisch. Ey, könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, wie oft ich die Wörter problematisch und kritisch gesagt habe? Natürlich hat man unter Alkohol anderen Spaß. Man ist halt offen da, man findet echt komische Sachen lustig und macht auch komische Sachen. Aber trotzdem sollte man halt ohne diese Droge auch Spaß haben. Und wenn ich so an lustige Abende denke, dann waren da nicht immer Drogen involviert, weil man kann eben auch ohne Spaß haben. Und wenn das bei dir nicht so ist, dann ist das mal wieder problematisch, meine Freunde. Aber auch so eine Aussage wird zum Beispiel einfach kommentarlos liegen gelassen. Es wird da gar nicht kritisch hinterfragt oder darauf eingegangen oder sonst irgendwas, sondern sie hat halt wahrgenommen, sie braucht Alkohol. Und das ist anscheinend auch das, was die Doku uns mitgeben möchte oder so. Egal finde ich danach aber auch folgenden Punkt. Einmal auch in der Kneipe und dann hat er zu mir gesagt, er trinkt keinen Alkohol. Und dann dachte ich so, Digga, sag das doch. Ciao. Voll doof, ich weiß, dass es auch so ist. Aber hast du noch eine Rande getrunken? Ja. Ja. Ist ja auch in Ordnung. Ja, ist auch in Ordnung. Aber dann habe ich mich schlecht gefühlt. Hä? Sag doch, dass du keinen Alkohol trinkst. Also klar, wir haben uns super verstanden und wollten uns ja auch treffen. Und ich finde dich auch wirklich attraktiv. Aber da dachte ich noch, dass du Alkohol trinkst. Digga, denkst du, ich chill mit einer Happy Virgin? Alter, verpiss dich mal. Also jetzt mal ernsthaft. Ich selber trinke ja auch Alkohol. Aber ich würde es doch, wenn ich mir jetzt irgendjemanden date, dass sie sich davon abhängig machen, ob die Person irgendwelche Drogen wie Alkohol nimmt oder nicht. Weil das ist doch vollkommen egal, solange man sich gut versteht. Und sie hat doch selber gesagt, sie kann sich auch alleine wegschießen. Also mal ganz davon abgesehen. Dann nehmen wir einmal vier Tequila. Aber ohne die Konsumpause wäre mir nicht aufgefallen, wie groß die Rolle ist, die Alkohol in meinem Leben spielt. Beim Dating, bei Stress, in sozialen Situationen. Wenn man ehrlich ist, Freiheit von Alkohol sieht anders aus. Okay, die Reportage endet damit, dass sie die 30 Tage geschafft hat. Und sie hat ja auch selber durch diese ganzen Aussagen eingesehen, dass sie vielleicht ein kleines Problem mit Alkohol hat. Und wie macht man natürlich logischerweise dann weiter? Trotzdem nehme ich mir zumindest vor, so eine Konsumpause auch nächstes Jahr wieder einzulegen. Wenn es darum geht, einfach nur, dass ich Spaß haben will und deshalb Alkohol auch dazu trinke, finde ich das zumindest für mein eigenes Leben nicht verwerflich. Klar, sie fängt einfach wieder an zu trinken. Das ist auch das, was ich nach diesen ganzen Szenen gemacht hätte, logischerweise. Also natürlich, sie kann machen, was sie möchte. Aber ich finde es sehr problematisch, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen der Alkoholkonsum so krass runtergespielt wird. Und das Fazit ist, ja, ich habe ein Problem, ist mir aber egal, ich sauf weiter. Vielleicht mache ich nächstes Jahr nochmal so eine Pause und dann passt das schon. Es wird sich halt tatsächlich null kritisch damit auseinandergesetzt. Das einzige Kritische war, wo sie wirklich mal zu dieser Alkoholberatung gegangen ist. Was ich hier aber nicht ganz verstehe, warum macht sie das am Anfang direkt? Viel klüger wäre es doch gewesen, am letzten Tag der Challenge dahin zu gehen, diese ganzen problematischen Aussagen zu sammeln und dann mit diesen Typen mal abzuklären, wie problematisch das wirklich ist. Da hätten die Zuschauer wirklich einiges gelernt, anstatt dass eine kritische Aussage nach der anderen kommt. Aber das Fazit ist dann trotzdem einfach weiter zu trinken. Wie gesagt, wurde das Video einige Zeit später wieder entfernt, wegen den ganzen Aussagen, die ich euch gerade gezeigt habe. Aber Caroline hat tatsächlich da noch ein Statement dazu hochgeladen. Wer jetzt allerdings denkt, dass das Statement in irgendeiner Art und Weise besser ist, falsch. Da sagt sie zum Beispiel folgendes. Und ich finde auch, dass das Echo ja ganz deutlich zeigt, dass das eben kein alkoholverharmlosender Film war. Also ich glaube, die wenigsten Leute würden jetzt sagen, der Film hat irgendwie Werbung für Alkohol gemacht. Werbung für Alkohol haben sie logischerweise nicht gemacht. Und das kam auch nicht so rüber. Aber ich sage mal, sie haben quasi Werbung für problematischen Alkoholkonsum gemacht, beziehungsweise das Ganze runtergespielt. Und dadurch, dass Alkohol ja sowieso schon in unserer Gesellschaft sehr krass akzeptiert ist und viele Leute ihre Grenzen nicht kennen, beziehungsweise glaube ich, viele Leute ein ähnliches problematisches Trinkverhalten haben, kommt das Ganze bei den Öffentlich-Rechtlichen logischerweise halt nicht ganz so gut. Vieles einfach selbsterklärend finde. Also wenn da jemand sitzt und sagt, hey, ich definiere mich über meinen Konsum, dann finde ich, sagt das genug aus und dann brauche ich das nicht unbedingt nochmal abnehmen im Off-Text. Dass das wirklich eine schwierige Aussage von ihr gewesen ist, ist halt richtig. Und die sollte einem natürlich auch zum Nachdenken anregen. Hat es allerdings ja nicht gemacht, denn sonst wäre das Fazit ja nicht gewesen, einfach so weiter zu trinken und zu sagen, naja, ich mache nächstes Jahr nochmal so eine Pause und dann kann ich mich die restlichen elf Monate ja viermal in der Woche wegschießen. Ist doch alles super oder nicht? Yay, Alkohol! Die ganzen negativen Punkte, alles was sie gesagt hat, wird halt einfach so stehen gelassen und im Endeffekt juckt sie das halt auch gar nicht. Höchstens fünf Standardgläser die Woche trinken und Männer zehn. Ein Standardglas ist ein Bier oder ein kleines Glas Wein. Und wichtig ist, dass es mindestens zwei konsumfreie Tage in der Woche gibt. Klar ist auch, dass das bei mir natürlich nicht hinkommt, weil ich durchaus mehr trinke im Durchschnitt als jetzt ein Glas am Tag und ja auch regelmäßig viel Alkohol konsumiere. Trotzdem wollte ich das einfach nochmal klar machen, dass dieser Schluss, ey, wer viermal die Woche trinkt, von dem brauche ich mir gar nichts mehr erzählen zu lassen, weil der ist Alkoholiker, dass der falsch ist. Ich finde es übrigens lustig, wie sie am Ende nochmal sagt, dass ein unproblematisches Alkoholkonsumverhalten oder wie auch immer bei einer Frau fünf Standardgläser Alkohol sind, also ein Bier oder ein Wein. Und einen Satz später sagt sie, ja gut, also da bin ich ja auch mega drüber. Also ich trinke so viel, also das kommt bei mir überhaupt gar nicht hin. Ich meine, sie wollte sich doch eigentlich damit verteidigen, gerade dass sie keine Alkoholikerin ist. Macht ihr aber quasi genau das Gegenteil, denn sie gibt ja zu, dass ihr Alkoholkonsum wirklich problematisch ist. Ob sie halt jetzt wirklich eine Alkoholikerin ist oder nicht, das will ich als Ferndiagnose hier gar nicht abgeben. Aber was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass sie einen sehr problematischen Umgang mit dieser Droge hat, das Ganze aber kaum kritisch hinterfragt wird und es für sie auch in Ordnung ist, halt genauso weiterzumachen. Und ich meine, sie kann ja auch so weitermachen. Ich will ihr jetzt gar nichts vorschreiben, aber bei den Öffentlich-Rechtlichen wurde hier jetzt einfach gerade sehr krasser Alkoholkonsum schon sehr runtergespielt. Und ich weiß nicht, ob das so wirklich den Bildungsauftrag bestätigt, den die Öffentlich-Rechtlichen normalerweise haben. Naja, ich gehe jetzt wieder saufen, ich höre mir nochmal zwei, drei Bier oder so und dann gucke ich mal. Leute, vielen lieben Dank, like das Video, lasst einen Kommentar da, lasst uns saufen und wir sehen uns. Ciao. Okay, thanks, bye.